Ich glaube, Yuskowak hat mich ziemlich angebrüllt und da habe ich mich so erschrocken und von daher war es Torbindung. Weil es ein Kopfball war und der war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber auch der, fast von der 16 Meter Linie, also das kann auf Dauer so nicht gut gehen. Ja, dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ja, natürlich, weil ich ja hoffe, dass wir noch eine spannende zweite Halbzeit sehen, da Sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte, Betonung liegt auf Ex. Erklärungsversuche, als schon fast alles zu spät war. Der Elfmeter und die Reaktion von Frank Rost. Nix wie weg. Der Buhmann war mal wieder der Schiedsrichter. Der hat gegeben jeden Freistoß gegen uns, das ist keine Frauenfußball. Und zum Schluss, was das hat der Lazio gemacht. Für mich, das ist keine Weltmeister, das ist ein Alibi-Spieler.